Die Ilse Neubauer ist eine Schauspielerin, die ich aus Serien gekannt hab. Aus dem Pumuckl. Da denkt man sich, das wär toll, wenn die mitspielen darf. Dann ist man schon mal froh, wenn sie mitspielen mag. Was das für eine Kraft hat, dass Schauspieler 40 Jahre später immer noch dabei sind. Ja, 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 ich bin schon da. Entschuldigen Sie, aber der Grupp ist nicht mehr rausgegangen. So, jetzt. Praktisch, gell? Ja, als ich in diese neue Deko reingekommen bin. Also, dieses Gefühl war ganz emotional. Als wenn man noch in der Straße ist, wo wir früher gedreht haben. Bis aufs Detail, die Türklinke, alles ist original. Also, im Moment hab ich mich gefühlt, als wir so 40 Jahre zurückversetzt. Pumuckl ist unsterblich, ja. Eine richtig schöne Werkstatt. Da merkt man, wie die lebt. Jetzt schauen Sie her, das war, was mir wert. Und bei mir war es auch in guten Händen. Oh ja, das sind durchaus viele Nullen. Aber das hat so viele Nullen. Und bei mir war das eine große Herausforderung.